Hallo und herzlich willkommen aus Oster-Rückfeld. Wir stehen hier vor der neuen Sonderedition vom Hobby, dem V 65 GE Edition. Wir wollen Ihnen dieses Fahrzeug ein ganz klein bisschen näher bringen, weil zu einem sehr fairen Preis Sie sehr viel Ausstattung bekommen, wie zum Beispiel Markise, Navigation, Rückfahrkamera, aber was Sie jetzt auch zum Beispiel nicht sehen können, die automatische SAT-Anlage und den Fernseher mit dazu. Wir gehen einfach mal so ein bisschen um das Fahrzeug herum. Hier sehen wir zum Beispiel nochmal Alufelgen, die inklusive Preis sind, aber auch den immer wieder gerne gesehen und beliebten Gasflaschen-Auszug. Hier die Möglichkeit rückenschonend die Gasflaschen entsprechend abzubauen und zu verstauen. Auf 6,77 Meter bietet das Fahrzeug trotzdem eine ausreichend große Heckgarage, wo wir unter anderem auch Fahrräder unterbringen können, wenn wir möchten. Optional aber auch, was allerdings nicht im Sonderpreis enthalten ist, entweder ein Fahrradträger an die Heckwand oder eine Anhängerkupplung unten drunter. Schauen wir mal ins Fahrzeug. Im vorderen Teil sehen wir den schön aufgeräumten, geräumigen vorderen Bereich mit der Sitzgruppe, wo wir einmal den Blick auf das Cockpit selber haben. Mit dem Blaupunkt-Navigationsgerät, wie eben gerade erwähnt, aber auch der automatischen Klimaanlage, die ist allerdings optional. Der Blick auf die andere Seite zeigt uns den 19-Zoll-Fernseher von Alphatronics, wo wir entsprechend das TV-Signal wiedergeben können. Neben der Tür ist der Küchenblock, ebenfalls schön geräumig, drei Flammenkocher und Spüle, darunter dann entsprechend ein Auszug mit Besteckfach oder halt auch ein großer Kühlschrank, wo wir ordentlich was verstauen können, inklusive Gefrierfach. Ich sagte ja, V65 GE-Dischen bedeutet, wir haben zwei Einzelbetten. Den gibt es optional aber auch noch mit Queensbett oder als GF mit Querbett und einem dann separaten Kleiderschrank. In der GE-Variante finden wir alternativ die Kleiderschränke links und rechts unter den Betten, einmal zum Staunen selber und einmal zum Hängen. Optional können wir aber auch das Bett noch verlängern und da dann eine große Liegefläche draus machen. Kurzer Blick ins Badezimmer. Hier sehen wir einmal die Dusche, die wir separat abtrennen können, die Toilette und das Waschbecken und auf der rechten Seite noch einen Spiegelschrank. Klein, fein, aber trotzdem genug Platz, um sich entsprechend bewegen zu können. Ja, das war nun mal ein kleiner Schnellüberblick über das Fahrzeug. Hier möchte ich nur kurz erwähnen, in der Basis-Variante kostet das Fahrzeug selber 51.600 Euro. So wie er hier jetzt steht, kostet er 53.600 Euro. Hier ist aber auch schon die größere Maschine mit 140 PS drin, die Vorbereitung Solar, die Klimaautomatik, das Fenster hinten links noch im Schlafbereich, dass jeder auch rausgucken kann. Ja, was ich noch erwähnen möchte. Hobby hat aktuell eine Kaufen, Feiern, Geld, Zurück Aktion. Und bedeutet, wenn Sie noch bis zum 30.04. sich einen neuen Hobby kaufen, können Sie bis zu 20.000 Euro vom Kaufpreis zurückbekommen. Klingt interessant, melden Sie sich bei uns. Wir sind, auch wenn wir vielleicht persönlich nicht vor Ort sind, beziehungsweise aufgrund der Corona-Geschichte ein bisschen Abstand gehalten werden sollte, gerne auch telefonisch, per Mail oder Videokonferenz für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Rufen Sie an. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.